Aggressiv Das Kind wird aggressiv, wenn es hungrig ist. Das Angebot Das Kinderbetreuungsangebot ist sehr vielfältig. Ängstlich Das Kind ist ängstlich, wenn es allein im Dunkeln ist. Anhänglich Das Kind ist sehr anhänglich und möchte immer bei mir sein. Anleiten Ich leite die Gruppe an. Die Anweisung Bitte befolgen Sie die Anweisungen. Aufgeschlossen Das Kind ist aufgeschlossen. Ausgeglichen Das Kindergartenkind ist ausgeglichen. Die Aushilfe Die Aushilfe Die Aushilfe arbeitet nur temporär. Ausmalen Lass uns die Bilder ausmalen. Ausprobieren Ausprobieren Die Kinder dürfen alles ausprobieren. Ausprobieren Ausschneiden Kannst du die Form bitte ausschneiden? Das Kind spielt gerne mit seinem Spielzeugbagger im Sandkasten. Basteln Basteln Wir basteln gerade eine Laterne. Die Bauecke Die Bauecke In der Bauecke dürfen die Kinder mit Lego-Bausteinen spielen. Bauen Die Kinder bauen gemeinsam ein Haus aus Bausteinen. Der Bauklotz Der Junge baute eine Burg mit Bauklötzen. Behandeln Jedes Kind verdient es, respektvoll behandelt zu werden. Betreuen Die Kinderbetreuerin betreut die Kinder im Kindergarten. Die Betreuung Die Betreuung der Kinder ist wichtig für ihre Entwicklung. Das Bilderbuch Das Bilderbuch ist für die Kleinsten geeignet. Die Bildung Bildung ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Zukunft. Brav Das Kind war gestern beim Arzt sehr brav. Die Brotzeit Die Brotzeit ist eine wichtige Mahlzeit für Kinder in Bayern. Der Buntstift Mit dem Buntstift kann man bunte Bilder malen. Die Creme Ich benutze eine Creme gegen trockene Haut. Das Dreirad Das Dreirad Das Dreirad ist ein Fahrzeug für Kinder. Eifersüchtig Mein Kind ist eifersüchtig auf seinen kleinen Bruder. Der Eimer Der Eimer ist voll mit Wasser. Eincremen Ich muss meinem Kind die Sonnencreme eincremen. Die Eltern Die Eltern sind verantwortlich für die Erziehung ihrer Kinder. Der Engpass Es gibt einen Engpass an verfügbaren Kindergartenplätzen. Erziehen Erziehen Die Erzieherin erzieht die Kinder im Kindergarten. Die Erzieherin Die Erzieherinnen arbeiten eng mit den Eltern zusammen. Die Erziehung Die Erziehung spielt eine wichtige Rolle in der Entwicklung eines Kindes. Das Feuchttuch Das Feuchttuch ist nützlich für die Reinigung von Oberflächen. Frech Das Kind ist manchmal frech zu seinen Eltern. Fröhlich Kinder sind fröhlich, wenn sie mit anderen Kindern spielen können. Füttern Ich füttere das Baby Gehorsam Gehorsame Kinder hören auf die Regeln und Anweisungen der Betreuer. Das Geschrei Das Geschrei Das Geschrei ist laut. Die Gruppe Die Gruppe Die Gruppe besteht aus zehn Personen. Der Hausschuh Hausschuhe halten die Füße warm und sauber. Herumtoben Die Kinder toben herum. Heulen Manchmal müssen Kinder heulen, um ihre Gefühle auszudrücken. Integrieren Wir integrieren Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Jammern Das Baby jammert Der Kaka Der Kaka muss aufgepickt werden. Kämpfen Die Kinder kämpfen Der Kindergarten Der Kindergarten ist für Kinder im Alter von drei Bindestrich sechs Jahren. Das Kinderheim Das Kinderheim Das Kinderheim ist eine Einrichtung für Kinder ohne Eltern. Der Kinderpfleger Der Kinderpfleger kümmert sich um die Bedürfnisse der Kinder. Die Kindertagesstätte Die Kindertagesstätte bietet Betreuung und Bildung für Kinder im Alter von null Bindestrich drei Jahren. Der Klebstoff Der Klebstoff In der Kinderbetreuung können Kinder Klebstoff benutzen, um kreative Projekte zu gestalten. Das Kleinkind Das Kleinkind Das Kleinkind erkundet seine Umgebung. Der Konflikt Der Konflikt muss gelöst werden. Krabbeln Das Baby krabbelt Die Krabbelstube In der Krabbelstube spielen die Babys. Die Krippe In der Krippe sind die Babys in guten Händen. Die Kuschellecke In der Kuschellecke kann man sich entspannen. Das Kuscheltier Das Kuscheltier Das Kuscheltier ist ein treuer Begleiter. Das Letzchen Das Letzchen schützt die Kleidung des Babys vor Verschmutzungen. Laut Laut Der Lärm ist laut. Lebhaft Das Kind ist sehr lebhaft. Loben Ich lobe das Kind für seine gute Arbeit. Der Machtkampf Der Machtkampf unter den Mitarbeitern beeinflusst die Arbeitsatmosphäre negativ. Das Malbuch Das Malbuch Das Malbuch bietet viele Bilder zum Ausmalen. Malen Wir malen mit Wasserfarben. Mitspielen Mitspielen Kannst du mit uns mitspielen? Der Mittagsschlaf Der Mittagsschlaf ist wichtig für die Gesundheit. Der Morgenkreis Im Morgenkreis begrüßen wir uns und besprechen den Tagesablauf. Musizieren Wir musizieren zusammen. Mut machen Ich versuche, ihm Mut zu machen. Mutig Das Kind ist mutig, wenn es neue Dinge ausprobiert. Die Pädagogin Die Pädagogin arbeitet mit Kindern. Das Papier Das Papier ist für Zeichnungen und Notizen geeignet. Die Pflege Die Pflege des Babys ist wichtig. Der Pinsel Der Pinsel wird verwendet, um Farbe aufzutragen. Das Pipi Das Pipi Das Pipi muss in die Toilette gemacht werden. Die Praktikantin Die Praktikantin arbeitet im Kindergarten, um Erfahrungen zu sammeln. Die Puppe Die Puppe ist ein beliebtes Spielzeug für Kinder. Die Puppen-Ecke In der Puppen-Ecke können Kinder mit Puppen spielen. Die Puppen-Ecke In der Puppen-Ecke können Kinder mit Puppen kochen und spielen. Quengelig Das Baby ist quengelig, weil es müde ist. Räumen Wir räumen auf, bevor wir nach Hause gehen. Der Rollenspielraum In dem Rollenspielraum können Kinder verschiedene Rollen ausprobieren. Der Ruheraum Im Ruheraum können Kinder sich ausruhen und entspannen. Ruhig Die Umgebung sollte ruhig sein, damit das Kind gut schlafen kann. Die Rutsche Die Rutsche ist ein beliebtes Spielzeug im Freien. Rutschen Die Kinder rutschen auf der Rutsche herunter. Der Sandkasten Der Sandkasten ist ein Ort zum Spielen und Budeln im Sand. Säubern Wir müssen den Sandkasten säubern, bevor die Kinder spielen können. Der Säugling Der Säugling ist noch sehr klein und hilflos. Die Schaufel Die Schaufel ist ein Werkzeug zum Budeln im Sand. Die Schaufel Die Schaufel Die Schaufel ist ein beliebtes Spielzeug im Freien. Schaufel Die Kinder schaufeln auf der Schaufel Die Schere Die Kinder benutzen die Schere, um Papier zu schneiden. Schimpfen Der Erzieher schimpft mit dem Kind, das sich nicht benimmt. Schlichten Der Erzieher versucht, den Streit zwischen den Kindern zu schlichten. Der Schmerz Der Schmerz ist unangenehm und beeinträchtigt die Lebensqualität. Schreien Das Baby schreit, weil es Hunger hat. Schüchtern Das Kind ist schüchtern und traut sich nicht, mit anderen Kindern zu sprechen. Selbstständig Das Kind lernt, sich selbstständig anzuziehen und zu waschen. Sich anziehen Das Kind zieht sich selbst an Sich ausruhen Das Kind ruht sich aus, bevor es weiterspielt. Sich benehmen Das Kind lernt, sich angemessen zu benehmen Sich streiten Die Kinder streiten sich um das Spielzeug Die Sozialassistentin Die Sozialassistentin arbeitet mit Menschen in sozialen Schwierigkeiten. Das Spiel Das Spiel ist unterhaltsam und fördert die Entwicklung des Kindes. Spielen Die Kinder spielen zusammen Der Spielplatz Der Spielplatz ist ein Ort zum Spielen im Freien. Das Spielzeug Das Spielzeug ist wichtig für die Entwicklung des Kindes. Stinken Die Windeln stinken unangenehm Die Stoppersocke Die Stoppersocke verhindert, dass das Baby seine Strümpfe auszieht. Der Streit Der Streit zwischen den Kindern muss gelöst werden. Der Stuhlkreis Im Stuhlkreis besprechen wir Themen, und tauschen uns aus. Die Toilette Bitte spüle die Toilette nach dem Benutzen. Das Toilettenpapier Das Toilettenpapier wird verwendet, um sich nach dem Toilettenbesuch sauber zu machen. Der Topf Der Topf ist ein Küchenutensil zum Kochen von Speisen. Das Töpfchen Das Töpfchen Das Töpfchen ist ein kleineres Küchenutensil zum Kochen von Speisen. Die Trennung Die Trennung von Eltern kann für Kinder schwierig sein. Trösten Trösten Ich tröste das Kind, das traurig ist. Trotzig Das Kind ist trotzig und weigert sich, die Anweisungen zu befolgen. Umgehen Wie gehen wir mit dem Verhalten des Kindes um? Unabhängig Das Kind wird immer unabhängiger, und kann immer mehr Dinge alleine machen. Ungehorsam Das Kind ist ungehorsam und weigert sich, die Anweisungen zu befolgen. Verhaltensauffällig Das Kind hat verhaltensauffälliges Verhalten, und benötigt Unterstützung. Verschlossen Das Kind ist verschlossen, und teilt seine Gedanken und Gefühle nicht. Versorgen Wir müssen das Kind versorgen, und für sein Wohl sorgen. Verwahren Wir müssen das Spielzeug verwahren, damit es nicht kaputt geht. Vorlesen Der Erzieher liest den Kindern eine Geschichte vor. Waschen Das Kind muss sich waschen, bevor es zu Bett geht. Die Wasserfarben Wir malen mit Wasserfarben. Wehtun Das tut weh. Weinen Das Kind weint, weil es traurig ist. Werken Wir werken mit Papier und Schere. Die Wickelauflage Die Wickelauflage schützt die Unterlage während des Wickelns. Wickeln Wir müssen das Baby wickeln, wenn es nass oder dreckig ist. Die Windel Die Windel dient dazu, das Baby sauber zu halten. Der Windeleimer Der Windeleimer ist dafür da, die benutzten Windeln aufzubewahren. Wissbegierig Das Kind ist wissbegierig und will immer mehr lernen. Wütend Das Kind ist wütend, weil es nicht bekommt, was es will. Zurückhaltend Das Kind ist zurückhaltend und spricht nicht gerne vor anderen Leuten. Das Kind ist weg und wenn man gut und ist wütend. Der Windel livre Vielen Dank.